Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Du bist hier immer zum Kegeln, das ist am unauffälligsten Ja, ich verstehe Warte noch Du bist dir doch hoffentlich darüber klar Wenn du da reingehst, gibt es kein Zurück mehr Weiß ich, das hast du mir ja schon gesagt Dass du dir keine Illusion machst über die Typen, die du da jetzt kennenlernst Die verstehen keinen Spaß Das ist mir klar, darüber haben wir ja schon gesprochen Dass du es dir nochmal überlegst Wenn du mitmachst, darfst du keinen Fehler machen, nicht den geringsten Und wenn du einen machst, habe ich auch einen gemacht Weil ich dich gebracht habe Mach dir keine Sorgen Ich bin voll dabei, ich habe dir das damals gesagt und dabei bleibt es Mal gut Der? Ja, das ist er. Achim. Achim Moldau. Den du deine Hand ins Feuer legst. Ja, das tue ich. Schweißer? Ganz erste Klasse. Schweißer, was ist ein G-6 Armstons? Weißt du? Ich hab mal mit einem G-4 zu tun gehabt. Das ist ein kleineres Modell. Können Sie mir sagen, was da anders ist? Die Armierung ist stärker. Zeig's ihm. Sieht ein bisschen weich aus der Tür. Weich? Ja. Wie fest steht er denn in seinen Schuhen? Was Nachteiliges hab ich nie gehört. Sind immer alle zufrieden mit ihm gewesen. Er ist ein guter Kumpel, auf den man sich verlassen kann. Verheiratet? Ja. Kinder? Keine Kinder. Schon mal im Knast gewesen? Der Junge ist sauber. Das war doch deine Auflage. Er ist der beste, den ich finden konnte. Deine Verantwortung. Weiß ich, Jannecke. Weiß ich. Ich sehe da keine Schwierigkeiten. Nicht nur die Geldschränke sind besser geworden, sondern auch die Schweißgerichten. Was hast du für den Eindruck? Technisch ist eine Zahl. Ja, das wollen wir mal. Kommt mal alle her. Ich nehme dir auch ein Glas. Danke. Das ist, wie heißt er? Achim. Achim Moldau. Wir haben einen neuen Schweißer. Aha, für die Sache am Samstag. Und darauf sage ich Prost. 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 So. Und jetzt gehe ich mal. Ja. Jetzt kann ich auch nicht so gut. Also kann man mit die Saxton. So geht das. Irgendwie macht er einen weichen Eindruck. Als ist es, was mich stört. Ein guter Schweißer ist immer gefühlt. So, nochmals sieben Doppelte. Ich glaube, die feiern das. Die trinken recht kräftig da unten. Ja, das ist in dem Dorf da drüben. Da feiert auch jemand. Eben. Hoi! Ja! Ja, ja. Oh, ja, ja. Ja, ja. Das war ja ganz großartig. Nein? Ja. Und so hoch. Also, dann weiter. Äh, wir möchten jetzt gehen, Gäser. Was schon? Jetzt schon? Es ist schon zwölf und die Kinder sind allein im Haus. Aber die schlafen doch. Ja, wir haben gesagt, wir sind um eins zurück. Tut mir leid. Also nochmals vielen Dank. Sie können sich auf mich verlassen, ich lache das schon. Und was ich nur noch sagen wollte. Das ist das erste große Ding, über den ich dabei bin. Ja, ist ja gut. Also dann, gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Mauser, wo freigst du denn? Mensch, und bei dir muss ich mir auch noch bedanken. Ist doch prima gelaufen. Ja, sehr gut. Die wissen, was sie wollen. Jedenfalls habe ich den Eindruck. Das sind schon tolle Typen. Nicht so kleine Leute, mit denen ich mich sonst immer abgeben musste. Rek haben sie noch nie geschnappt. Na, ist doch klar, weil er Köpfchen hat. Das merkt man sofort. Das merkt man sofort. Das merkt man sofort. Und nochmals schönen Dank. Bitte. War ganz reizend, Ilse. Tut mir leid, aber... Aber die Kinder, ich weiß. Kommt gut nach Hause. Wenn du die Sache gut machst, Achim, hast du ausgesorgt. Drecke verlangt eine Menge. Aber wenn du erst mal so ein Vertrauen hast, dann lässt er dich niemals hängen. Weißt du, so jemanden habe ich immer gesucht. Einen, der mich nicht hängen lässt. Naja, ich bin jemand, dem muss man sagen, was er zu tun hat. Dann funktioniere ich wie ein Uhrwerk. Und Drecke. Das ist so einer. Der sagt, einem muss lang gehen. Vielleicht ist es übertrieben, dass wir so um die Kinder besorgt sind. Sie werden doch schon langsam groß. Wir könnten sie wirklich schon allein lassen. Tja, wenn ich nicht gesagt hätte, wir sind um alles zurück. Ich möchte mich nicht bei der Büge erwischen lassen. Ach. Und alles gut überlegt. Alles durchdacht. Aber auch alles. Mit Uhrzeiten bis auf die Minute. Und wie eine Generalstabtsarbeit. Da versteht er sich drauf. Überlegt alles. Ach, du wirst sehen, Sie schlafen tief. Und morgen früh werden Sie sagen, Warum seid ihr nicht geblieben? Das kann natürlich auch sein. Da kommt ein Wagen. Halt die Füße! Der Wanger. Schenk, der Wanger. Er ist gegen eine Bonn gefahren. Schenk! Hallo, Sie. Hören Sie mich? Schenk, komm, er hilft mir. Los! Komm, fass mit an. Jetzt die Frau. Komm, weg hier! Der Liebbruch. Komm, hilf mir! Wir müssen hier weg! Komm, hilf mir! Wir müssen ihn ins Land ausbringen! Wir bringen ihn zum Wagen! Aber das geht doch nicht! Was ist denn? Was ist denn los? Sie hatten einen Unfall. Wir bringen Sie ins Land aus. Komm, Sie, da steht mein Wagen! Ach, verstehe mich doch! Wir müssen hier weg! Kommen Sie, die paar Meter, die schaffen Sie doch! Das ist doch ein Unfall! Ja, kommen Sie, da steht der Wagen! Gut, Ron, das ist mit meiner Frau. Ihre Frau ist tot, wir können Sie nicht mehr helfen. Kommen Sie, kommen Sie! Tot? Gut, Ron! Sie haben die Vorfahrt nicht beachtet. Wer sind Sie? Ein Unfallrecke! Wir haben die Vorfahrt nicht beachtet. Da kam der Wagen an und ich gegen den Baum geknallt. Die Polizei! Rufen Sie die Polizei! Die Polizei? Der Mann muss erst mal ins Krankenhaus! Ist deinem Wagen was passiert? Nichts, überhaupt nichts! Steigt ein! Einsteigen? Okay, Recke, wir steigen ein! Wieso denn einsteigen? Du hast doch gehört, was Recke gesagt hat! Komm, wir steigen ein! Aber der Mann muss erst mal ins Krankenhaus! Kümmere dich nicht darum! Komm, 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 komm! Fahr los, Mensch! Du wachst schon! Aber was passiert denn mit dem Mann? Wir können doch jetzt nicht die Polizei holen! Begreifst du das nicht? Rutsch rüber, ich fahr! Fahrt los, zum Teufel! Nein! Also, dann, bis morgen, Harry! Lass dir doch! Du, warte mal! Ich glaube, wir suchen was! Guten Abend! Guten Abend! Kann ich Ihnen helfen? Zu wem wollen Sie? Zu Hofstetter! Ah, das ist gleich das Haus hier! Kennen Sie die Leute? Ja, das ist der Nachbar von mir! Dann können Sie uns vielleicht helfen! Wir müssen ja jemanden rauskommen! Was ist denn passiert? Das Ehebauch Hofstetter ist tödlich verunglückt! Oh Gott, das ist der Nachbar von mir! Wem sagt man das da? Da, da sind drei Kinder! Ach, noch Kinder! Wie alt sind die denn? Was? Ich weiß nicht, ich glaube, 14, 12 und 8! Kennen Sie die Leute gut? Ich kenne sie natürlich, ja! Vom Sehen, wir haben gelegentlich miteinander gesprochen! Würden Sie mit reingehen? Wir sind ja echt überfordert! Wie sagt man denn so was, Kinder? Na ja, ich komme mit! Fahr du ruhig nach Hause, Harry! Nein, nein, ich warte hier! Herr Derrick! Guten Abend, Inge! Was ist denn los? Machst du mal auf! Deswegen könnte ich manchmal meinen Beruf aufgeben! So, wem soll es helfen! Warten Sie, ich mache das! Kann ich mal reinkommen, Inge? Ja, sicher! Also, die Eltern sind nicht da! Die sind beim Kollegen eingeladen auf eine Party! Ich schlafe in deiner Geschwister! Was ist denn los, Inge? Ich dachte, es wären die Eltern... Guten Abend, Waldron! Guten Abend, Herr Derrick! Na, kommen Sie mal rein! Ja, komm mal rein! Ich kann doch jetzt nicht einfach schlafen gehen. Ist mir egal, was du machst. Schlaf oder schlaf nicht. Er hat ihn überfahren. Das ist eben Recke. Der geht kein Risiko ein. Risiko? Der hat doch deine Autonummer gesehen. Der hat dich gesehen, der hat uns gesehen. Verstehst du nicht? Mensch, wir können doch jetzt nichts mit der Polizei zu tun haben. Steig aus, Achim. Geh jetzt rauf. Ich geh zu kurz nach Hause. Schluss. Achim, Recke ist noch nie geschnappt worden. Jetzt überleg mal, weswegen. Weil der keine Fehler macht. Jetzt machst du auch keine. Ich mach mal. Erstmal. Weißt du eigentlich, wie spät das ist? Ja. Es ist fast morgen. Ich weiß. Was ist denn los? Bist du betrunken? Ich wünschte, ich wäre es. Was machst du denn für ein Gesicht? Darf man das jetzt auch nicht mehr... Ist das auch nicht mehr erlaubt? Achim. Achim, Achim, lass mich in Ruhe. Geh ins Bett. Leni. Geh ins Bett, Leni. Achim. Ich habe nach einer Schwester telefoniert. Ich muss warten, bis sie kommt. Gute Nacht. Danke. Schlimm? Ja, ziemlich. Ich fahre nach Hause, Harry. Ich muss ja warten. Er kann nicht irgendwie helfen. Nein, ich kann es auch nicht. Gibt es Verwandte? Da ist eine Großtante in Berlin. Ich habe mit ihr telefoniert. Sie kommt morgen mit der Mittagsmaschine. Was ist mit den Kindern? Wir haben es doch nicht richtig begriffen. Was? Was ist hier noch? Ja, Sie wohnen zwei Häuser weiter. Ich kenne die Familie, ich war die ganze Nacht an den Kindern. Wie viele Kinder? Drei, minderjährig. Die jetzt allein stehen? Ja. Ich zeige Ihnen mal die Bilder. Es waren zwei Autos. Es hat einen beinahe Zusammenstoß gegeben. Bremsspuren hier und Bremsspuren da. Ja, und dabei kam das Auto von Hofstetter von der Straße ab. Der andere Wagen, der... Dem ist nichts passiert. Was? Der hat keine Beschädigung? Ja, offenbar nicht. Wir haben die Straße zentimeterweise abgesucht. Aber nichts deutet darauf hin, dass die Wagen sich berührt hätten. Der andere Wagen ist davon gefahren. Das weiß ich nicht. Da ist nämlich eine Sache sehr komisch. Also Frau Hofstetter war sofort tot. Eingeklemmt auf ihren Sitz. Aber die Leiche von Herrn Hofstetter fanden wir hier. Mehr als 50 Meter von seinem Wagen entfernt. Also Hofstetter war nicht sofort tot. Mit den Verletzungen. Der hatte, der hätte nicht einen Schritt gehen können. Ja, was meinen Sie denn, was passiert ist? Ich habe folgende Theorie. Ich sage sie mit Vorbehand. Hofstetter war nicht tot. Lebt, stieg aus und ging die 50 Meter bis hierher, wo wir... Moment, Moment. Mit Verletzungen, die es ihm unmöglich machen, auch nur einen Schritt zu gehen? Ja. Na, die Schlussfolgerung? Die Verletzungen sind ihm hier an dieser Stelle erst zugefickt worden. Was für Verletzungen sind es? Ja, er ist überfahren worden. Was ist er? Eindeutig überfahren. Wie war es? Von jemandem, der erst nachher die Unfallstelle passiert hat und Hofstetter, der auf der Straße lag, vielleicht zu spät gesehen hat? Das glauben wir nicht. Moment mal. Der zweite Wagen, der... Hat eindeutig die Vorfahrt nicht beachtet. Der Fahrer war möglicherweise betrunken. Was, und er sollte den Verletzten da absichtlich überfahren? Um einen Zeugen zu beseitigen. Das wäre... Mord. Sagen Sie es ruhig. Wir haben es hier mit Mord zu tun. Ein Fall, der mir noch nicht vorgekommen ist. Aber die Ermittlungen lassen keinen anderen Schluss zu. Hofstetter ist überfahren worden... Mit der Absicht, ihn zu töten. Ja. Ich habe alle Unterlagen gesehen. Es gibt keine andere Erklärung. Dann ist es auch kein Fall mehr für die Verkehrspolizei. Nein, es ist Mord. Ein Mord, der alle Chancen hat, nicht aufgeklärt zu werden. Der andere Wagen ist nicht beschädigt worden. Also, wonach willst du suchen? Das ist Mord. Das ist Mord. Jochen! Sag mal, was willst du denn hier? Es steht immer noch nichts in der Zeitung. Ich mache mich nicht wahnsinnig. Teil dir kein Wort darüber, wenn du Reckes siehst. Du weißt gar nichts. Du hast nichts gesehen, überhaupt nichts. Ich glaube mir, das ist besser für dich. Und für mich auch. Sag mal, du hast doch zu Hause nichts gesagt. Nee, kein Wort. Das ist ja mindestens 20 Jahre alt. Sie wollen doch nicht sagen, dass ich mich nicht verändert habe. Doch, auf dem Foto hier tragen Sie keine Mütze. Aber ich bin nicht unkenntlich geworden. Nee, nee, das ist ganz sicher nicht. Bitte hier raus. Sie sind von der Kriminalkolizei? Ja, was machen wir jetzt? Fahren die gleich zu den Kindern? Ja, wir sollten vorher noch im Präsidium vorbeifahren, bitte schön. Schön, dass Sie so schnell kommen konnten, Frau Wiebeck. Ich habe nicht lange überlegt und gleich das nächste Flugzeug genommen. Bitte setzen Sie sich. Möchten Sie einen Kaffee? Nein, nein, danke. Sie kennen ja die Kinder. Ja, ich habe sie zwei, drei Jahre nicht gesehen. Sie werden gewachsen sein. Sie wissen, was Sie erwartet, ja? Ja, natürlich weiß ich das. Wissen Sie es wirklich? Wenn ich es wirklich wüsste, wäre ich vielleicht entmutigt. Ja, das könnte sein. Wer ist jetzt bei den Kindern? Ich habe jemanden besorgt, der sich um sie kümmert. Ah ja. Bitte kommen Sie herein. Wo sind die Kinder? Ich habe Ihnen ein Mittel gegeben. Ich gehe gleich hoch. Ja, aber bitte nicht aufwecken, ne? Nein, nein. Die alte Dame bleibt jetzt hier? Ja. Wie alt ist sie denn? Über 70. Hören Sie, da muss eingekauft werden. Die Speisekammer ist leer. Da muss man die Schule anrufen. Die Kinder können ja nicht in die Schule gehen, die ersten paar Tage. Und Laufereien wird sie haben im Zusammenhang mit der Bestattung. Wie soll sie das schaffen? Ich weiß es nicht, aber sie hat Courage. Gehst du schon wieder weg? Ja, ich, ähm, ich gehe noch mal rüber zu Schenk. Die Kneipe willst du? Natürlich will ich in die Kneipe. Und ich will auch was trinken. Darf ich das nicht? Würde es etwas nützen, wenn ich sage, nein? Nicht das Geringste. Na also. Oh, ähm, ich, ich, ich wollte dich nicht anschreiben. Es tut mir leid, Leni. Ach, was heißt, es tut mir leid? Es tut mir leid! Willst du mir nicht lieber sagen, was eigentlich los ist seit gestern? Das ist mein Telefonbuch mit Haar. Das ist mein Telefonbuch mit Haar. Die hatten drei Kinder. Na und? Das habe ich auch gelesen. Und dass die keine Ahnung haben, darauf kommst du dran. Sag mal, mit wem wolltest du denn telefonieren? Telefonieren? Ja, du suchst doch was im Telefonbuch. Menschenskind, Achim, mit wem willst du telefonieren? Ich, ich habe nur eine Adresse. Was für eine Adresse? Reik, ihr kommt. Kein Wort, Achim. Ich flehe dich an, sprich nicht. Das ist also hier ein Nachfragen, der sich vor ein paar Tagen hier betrunken hat. Na gut, wir suchen nach einer Stecknalle im Heuraufen, aber der Fahrer war hier zweifellos betrunken. Und das ist die erste Kneipe vor der Unfallstelle. Wie viele Namen soll ich denn da nennen? Der Land war proppenvoll. Aus der ganzen Umgebung kommen sie her. Und trinken, tun sie alle. Na ja, das ist mir schon klar. Ich möchte nur von Ihnen wissen, wer hat gegen Mitternacht das Lokal verlassen? Ach, ich weiß nicht, wie ich das wegschaffen soll. Wie meinen Sie? Ich meine, dass ich das auch fragen kann. Ich wohne ja nicht weit von hier. Haben Sie vielleicht einen Angestellten, der mir verhilftig sein könnte? Nein, haben wir nicht. Ich will es ja auch bezahlen. Tut mir leid, dafür haben wir niemanden. Kann ich Ihnen irgendwie behilflich sein? Ja, das können Sie hier mal machen. Haben Sie Zeit? Ich wohne nur ein paar Straßen von hier. Das darfst du furchtbar schwer. Ich habe meinen Wagen vor der Tür, kommen Sie. Ach, das ist ja wunderbar. Gefahren werde ich auch noch. Aber da muss ich in den wenigstens Benzin bezahlen. Ja, lassen Sie. Wir hatten nie einen Wagen. Mein verstorbener Mann hasste Autos. Ja, er war ein großer Wanderer. Er marschierte lange Wege. Das hat ihn nicht gesünder gemacht. Was ich sagen will, ich verstehe nichts von Autos. Aber dass das Benzin teurer geworden ist, das habe ich schon mitbekommen. Aber ich bitte Sie, machen Sie sich darüber keine Sorgen. So, hier sind wir schon. Das war sehr nett von Ihnen. So, können Sie mal rein. Die Tüten können wir in der Küche abstellen. Vielen Dank. Kommen Sie bitte ins Wohnzimmer. Ich möchte Ihnen gerne etwas geben. Aber das ist doch nicht nötig. Sie rauchen doch nicht. Wenn man frage, man riecht es. Ja, ja. Sie haben den Geruch in den Kleidern. Raucher wissen das nicht. Ich habe hier Zigaretten. Moment. Ach ja, hier. Zigaretten für Sie. Die raucht niemand mehr. Der Mann, dem Sie gehören, ist tot. Ist vor ein paar Tagen mit dem Auto verunglückt. Er und seine Frau. Vielleicht haben Sie von dem Unfall in der Zeitung gelesen. Nehmen Sie sie nur. Die werden hier nur trocken und trocknet. Tabak schmeckt hier dicht. Vielen Dank. Stecken Sie sie ein. Hier müssen auch noch irgendwo Zigarren sein. Nein, vielen Dank. Ich rauche keine Zigarren. Ja, warum? Stecken Sie sie nicht ein. Ja. Sie haben drei Kinder hinterlassen. Für die niemand mehr da ist. Da haben Sie mich aus Berlin geholt. Eine alte Frau, die keine Kraft mehr hat, Tüten nach Hause zu schleppen. Es werden die Kinder sein. Grüß euch, Kinder. Grüß euch. Grüß dich. Danke. Kommt mal hier rein. Und sagt dem Herrn da, guten Tag. Guten Tag. Der war so freundlich und habe mich vom Supermarkt nach Hause gefahren mit seinem Wagen. Es war doch sehr nett von ihm und dafür habe ich mich bedankt. Und dafür sollt ihr euch auch bedanken. Danke. Vielen Dank. Und du, Horst? Danke. Und jetzt seid nett und geht in euer Zimmer. Gut. Sie sind heute zum ersten Mal wieder in die Schule gegangen. Es braucht so eine Zeit. Der Schock. Ich war zu groß für Sie. Guten Morgen, Frau Riebeck. Ach, guten Morgen. Grüß dich. Grüß dich. Das Mädchen geht gerade in die Schule. Nein, 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 das ist kein Nachbar. Ich habe ihn im Supermarkt kennengelernt. Und der hat mir Geld geliehen. Was hat er? Ja, das ist ein ganz reizender Mensch. So hilfsbereit. Und dass es sowas noch gibt. Ja, eben ja. Wie viel Geld hat er ihm geliehen? 800 Mark. Und er hat mir gesagt, mit dem Zurückzahlen, da kann ich mir Zeit lassen. Und das ist doch furchtbar nett. Naja. Wer ist der Mann? Wie heißt er? Wo wohnt er? Wo er wohnt? Ich weiß nur, dass er Muldau heißt. Also ich weiß tatsächlich seine Adresse nicht. Aber ich werde ihn fragen. Er kommt heute Nachmittag zu mir. Wann kommt der junge Mann heute Nachmittag zu Ihnen? Hallo, guten Tag, Herr Muldau. Guten Tag. Sie haben dir schon wieder etwas mitgebracht. Ja, eine Kleinigkeit für die Kinder. Ja, Sie verwöhnen sich ganz schön. Bitte kommen Sie rein. Das ist Herr Derrick, ein Nachbar von uns. Grüß Gott. Guten Tag. Herr Derrick ist bei der Polizei. Bei der Kriminalpolizei. Na ja. War es nicht sogar was Besonderes? Nein, nein. Mordkommission. Bitte nehmen Sie doch Platz. Wollen Sie auch eine Tasse Kaffee? Nein, vielen Dank. Herr Muldau ist der junge Mann, der uns so geholfen hat. Er bringt immer was für die Kinder mit. Ich habe gehört, dass Sie Frau Riebeck auch mit Geld helfen. Entschuldigen Sie, dass ich darüber gesprochen habe. Aber Sie haben mir eine große Sorge abgenommen. Wo wohnen Sie, Herr Muldau? In der Ottmannstraße. Ottmannstraße? Ach ja, das ist ein Sendling, nicht? Ja. Das ist ziemlich weit weg. Wo haben Sie sich kennengelernt, Frau Riebeck? Habe ich Ihnen das nicht erzählt? Hier im Supermarkt. Ja, richtig. Sie kaufen hier ein, wenn Sie in Sendling wohnen? Ja, ich bin zufällig hier vorbeigekommen. Was machen Sie vom Beruf, Herr Muldau? Ich bin Schweißer. In einer festen Anstellung. Nein. Zurzeit bin ich arbeitslos. Aber Sie sind in der Lage der Familie hier mit 800 Mark zu helfen. Wieso? Sie sind arbeitslos? Na, kommen Sie. Ich lade Sie zum Schnaps an. Ihr Wagen, ja? Ja. Ah, was? Wir gehen die paar Schritte zu Fuß. Können Sie? Woher wissen Sie von dem Unfall? Das hat die alte Dame mir erzählt. Und ich habe es auch in der Zeitung gelesen. Sie wissen also, wie es passiert ist? Ja. Da hat dein Wagen die Vorfahrt nicht beachtet und zwang den Wagen der Hofstädter zu bremsen. Ja, ja. Was heißt ja, ja? Ja, das habe ich gelesen. Auch, dass der Wagen, der den Unfall verursacht hat, nicht aufzufinden ist. Ja. Der Fahrer hat sich nicht gemeldet. Nein. Ist einfach davon gefahren. Nachdem er Hofstädter dann auch lebte, überfahren hat, getötet wird. Nur um sich nicht verantworten zu müssen. Also, Herr Mulder, wo waren Sie am vergangenen Montag nachts zwischen zwölf und ein Uhr? Das weiß ich doch jetzt nicht mehr. Ich muss es aber wissen. Kannst Sie sich mal überlegen. Überlegen Sie. Tja. Wo war ich denn da? Ja, dann war ich zu Hause. Um die Zeit schlafe ich. Ich würde gerne zahlen. Lehm ihn. Guten Tag, Frau Mulder. Ja, das ist meine Frau. Mein Name ist Derek, Kriminalpolizei. Ich habe ein paar Fragen an Sie. Frau Mulder, Ihr Mann unterstützt eine Familie. Vielmehr die hinterbliebenen Kinder einer Familie, die die Miete nicht bezahlen könnten, wenn Ihr Mann Ihnen nicht mit 800 Mark geholfen hätte. Was? Ich frage Sie, ob Sie wissen, dass Ihr Mann eine Familie unterstützt, die in Not geraten ist. Was tut er? Er unterstützt Sie mit Geld. Nicht nur mit Geld. Wovon wird hier überhaupt geredet? Von dem Unfall. In der Zeitung stand, du erinnerst dich doch. Ja, ja. Zwei Tote, ein Mann, eine Frau, junge Leute noch. Die Sache? Ja, die Sache. Und du unterstützt die Leute? Nein, nein. Die Kinder, da sind drei Kinder hinterblieben und Ihr Mann hilft mit Geld. Nicht nur mit Geld. Er bringt Geschenke mit. Geschenke? Frau Mulder, ich habe eine ganz präzise Frage an Sie. Ich muss Sie aber darauf aufmerksam machen, dass Sie als Ehefrau natürlich das Recht haben, die Aussage zu verweichern. Wollen Sie antworten? Ja, ja. Gut. Wo war Ihr Mann am vergangenen Montag? Nachts, gegen zwölf halb eins. Warum fragen Sie das? Warum antworten Sie mir? Ich war hier. Wollen Sie Ihre Frau nicht mal antworten lassen? Ja, ja. Er war zu Hause. Zwölf halb eins. In seinem Bettlager. Ja. Ich muss Sie mitnehmen ins Präsidium, Herr Mulder. Das nehme ich Ihnen nicht ab, Herr Mulder. Mitleid mit den Kindern. Ich nehme Ihnen auch den Zufall nicht ab. Sie haben die Bekanntschaft der Kinder gesucht und ich frage mich nach dem Grund. Es gibt nur einen, der denkbar ist. Sie haben mit dem Unfall zu tun. So wie Sie handelt man, wenn man sein Gewissen beruhigen will. Nein. Sie haben ein schlechtes Gewissen. Ein Schweißer, arbeitslos, unterstützt eine Familie mit Geld? Haben Sie so viel Geld? Was kriegen Sie denn an Arbeitslosenunterstützung? Sie kommen da nicht raus, Herr Mulder. Also sagen Sie die Wahrheit. Wo waren Sie in der Nacht auf Mulder? Zwischen zwölf und halb eins. Sie sind mit dem Wagen gefahren. So, und jetzt stelle ich Ihnen die Frage, auf die Sie warten. Waren Sie es? Haben Sie den Unfall verursacht? Waren Sie in dem Wagen? Haben Sie Hofstätte überfahren? Nein, nein, nein. Sie haben ihn mitgenommen? Was machen Sie ihm vor? Sie haben uns beide gefragt, wo er war am Montag. Ja, wie kommen Sie darauf? Sie glauben, dass er mit dem Unfall zu tun hat, weil er die Familie unterstützt. Was tut er? Dass Sie leugnen, ist Ihr gutes Recht. Aber ich bin der festen Überzeugung, Sie haben mit dem Unfall zu tun. Und Sie werden nicht damit fertig. Sie werden nie damit fertig werden. Na ja, kann Sie nicht festhalten. Niemand wird mir ein Haftbefehl ausstellen, nur weil Sie da verwaiste Kinder unterstützen. Sie werden nicht festhalten. Komm mal. Sag mal, was hast du da eben gewissen? Die Polizei abgeholt? Keine Angst, Röcke. Das hat nichts zu bedeuten. Warum haben Sie ihn abgeholt? Na ja, irgendwie sind Sie darauf gekommen, dass er was mit dem Unfall zu tun hat. Was ist dahinter gekommen? Wie sind Sie dahinter gekommen? Na ja, nach ihm hat er bestimmt einen Fehler gemacht. Er hat sich bei der Familie gemacht. Was für eine Familie? Na, bei den Kindern. Es sind doch drei Kinder hinterblieben, die jetzt von einer Verwandten versorgt werden. Ach, er hat sich gemeldet. Was soll das heißen, er hat sich gemeldet? Er hat nichts gesagt, kein Wort hat er gesagt. Er hat Ihnen nur seine Hilfe angeboten. Er hat Ihnen seine Hilfe angeboten. Ja, ich habe ihm ja auch gesagt, warum tust du das? Lass das, das geht dich überhaupt nichts an. Sag mal, spinnt der? Er hat mir ja auch Geld gegeben. Für Essen, Trinken und Miete. Ich habe ihm ja gesagt, verrückt, ach, das ist absolut verrückt. Geld für die Miete? Und dann ist die Polizei dahintergekommen. Wann haben Sie ihn abgeholt? So gegen drei. Aber Sie haben ihn wieder freigelassen. Ich wusste ja sofort, dass der nichts sagt. Er hat heute kein Wort gesagt. Aber was ist denn morgen? Heike, da bin ich ganz sicher, der wird auch morgen nichts sagen. Du hast den Mann gebracht, Schenk. Ja, ja. Komm mal mit raus. Raus? Wieso noch raus? Komm. Was soll ich denn damit? Ich sage es noch mal. Du hast den Mann gebracht und du sorgst auch dafür, dass er den Mund hält. unterstützt die Familie. Bringt den Kindern Geschenke mit. Ein Mann, der einen Verletzten, noch einmal überfährt, um ihn zu töten. Ich meine, wenn jemand in Panik ist, dann... Ja, ja, ich weiß. Aber trotzdem. Und wenn er nicht allein in Wagen war. Vielleicht nur Zeuge war. Aber daran habe ich noch gar nicht gedacht. Das ist natürlich sehr gut möglich. Also, sein Umfeld. Mit wem ist er zusammen? Mit wem verkehrt er? Es hieß er dann, er wäre kein Mörder. Was machen wir? Seine Frau könnte uns helfen. Was machen wir? Was machen wir? Was machen wir? Ja, Wollah. Hallo, wer ist denn da? Hallo, ist da jemand? Ich kann nicht erfahren, was eigentlich los ist. Was wollte denn die Polizei von dir? Darf ich das bitte mal erfahren? Warum willst du das denn wissen? Und was ist mit der Familie, die du unterstützt? Hast du irgendwas damit zu tun? Achim! Wo hast du an dem Unfall beteiligt? Ja. Ja, Leni. Ich habe ihn verursacht. Ich habe die Vorfahrt nicht beachtet. Ich bin schuld. Achim. Und dann ist da noch was passiert. Aber daran bin ich unschuldig. Damit habe ich nichts zu tun. Ich weiß nicht mehr, was ich mache, und so Leni. Was soll ich bloß machen? Ich kann nachts schon nicht mehr schlafen. Ja? Hallo, wer ist denn da? Ist da jemand? Achim. Ach, du bist's. Ja, ich bin's. Achim, sag mal, können wir uns nicht sehen? Ich muss dich sehen. Unbedingt, das ist sehr wichtig. Jetzt? Ja. Sag bitte niemandem, dass ich angerufen habe. Auch deiner Frau nichts. Ja, das ist gut. Und wo? An der Bahnunterführung Teutoburger Straße. Ja. Bis gleich. Ich muss noch mal weg, Leni. Es war Schenk. Er war mit im Wagen. Mit im Wagen? Schenk? Ja. Er saß neben mir. Ich treffe mich noch mal mit ihm in der Teutoburger Straße an der Bahnunterführung. Bis gleich. Wir möchten Ihren Mann sprechen. Mein Mann ist nicht da. Er ist gerade noch mal weggegangen. Wo finden wir ihn? Das ist wichtig. Bitte kommen Sie rein. Sie wollen mir etwas sagen, Frau Moller? Ja. Ja, ich weiß jetzt. Ich weiß jetzt, was passiert ist. Mein Mann hat es mir vor zehn Minuten gesagt. Und wenn er nicht weiß, was er zu tun hat, ich weiß es. Er muss Ihnen sagen, dass er es war. Sie sprechen von dem Mord, oder? Mord? Ich spreche von dem Unfall. Wieso Mord? Wo ist denn Ihr Mann jetzt? Ja, aber man kann doch nicht von Mord reden. Er hat die Vorfahrt missachtet. Dafür gibt es einen Zeugen, der Mann, der bei ihm im Auto saß. Er trifft ihn jetzt. Wo? Er sprach von einer Bahnunterführung. Wo ist denn die? Teutoburger Straße. Danke. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Schenk! Schenk? Schenk? Achim! Was soll denn das? Sie haben mir keine Wahl gelassen. Ich muss es tun. Schenk! 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 Was? Was? Schenk! 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 Applaus Was ist denn los? Es ist halb fünf vor früh. Was wollen Sie denn von mir? Herr Recke, ich habe ein paar Fragen. Dieser Aufwand wäre wirklich nicht nötig gewesen. Dann fragen Sie doch. Ich beantworte der Polizei gern ein paar Fragen. Wo können wir reden? Ja, kommen Sie mit. Ja, nehmen Sie Platz. Können Ihnen was zu finden anbieten? Am vergangenen Montag hatten Sie doch einen waufen Kegelabend. Ja, das stimmt. Sie waren da mit mehreren Leuten. Kegeln Sie gern allein? Ja, geben Sie uns den Namen von den Leuten, mit denen Sie zusammen waren. Wozu? Wozu denn? Es waren Freunde, die ich selten sehe. Wann haben Sie Ihren Kegelabend beendet? Ach, das war... Auf die Minute kann ich Ihnen das nicht genau sagen. Zwischen zwölf und halb eins. Ich müsste den Wert fragen. Vielleicht erinnert er sich. Der erinnert sich, ja. Sie sind dann gegen zwölf halb eins nach München zurückgefahren. Mit Ihrem Wagen? Ja, mit meinem Wagen. Waren Sie allein im Wagen? Falls Ihnen die Antwort schwerfällt, Herr Berger? Sie beide waren im Wagen, fuhren zurück nach München. Besondere Vorkommnisse? War da nicht ein Unfall? Ja, da war ein schrecklicher Unfall. Wir sind Minuten später dazugekommen. Da war nichts mehr zu machen. Ein Toter im Wagen, ein Toter auf der Straße. Und ein Wagen, von dem man nur noch die Rücklichter gesehen hat. Den Wagen, von dem Sie da nur noch die Rücklichter gesehen haben, den kannten Sie nicht. Sie werden sich gleich erinnern. 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 Sie werden sich beim Zahnsland schauen. Sie werden sich gar nicht 중 in derants Angriffe an dem brokennehen, sie werden sich gleich erinnern. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.